Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen StumbleGuys Video auf meinem YouTube-Channel. Heute tun wir mal den neuen Stumble Pass testen, der jetzt reingekommen ist. Inklusive neuem Emote. Ich brauch das Spiel gerade nicht. Aber endlich gibt es etwas Neues für das. Für das uns hat das. Und let's go! Okay, was kriegen wir? Neue Boxen. Shards. Shards. Wow. Können wir nochmal? Können wir nochmal? Okay, da. Können wir die mal öffnen? Für welches können. Zu. Ich komme gerade nicht in deine Lobby. Ich tue noch da einmal. Ich glaube, da ist nur eine Karte drin. Let's go! Jetzt kaufe ich kurz. Wir sehen uns nach dem Kauf. So, wir haben es gekauft. 3000 Gems. Ich muss euch kurz den Soundpass einfach mal so zeigen. Ich habe ein bisschen gespielt. Das macht doch nichts. Dann der neue Special Mode. Und jetzt kaufe ich jetzt erstmal komplett durch. Waiting, waiting, waiting. PG, Charul, ich tue erst Gamen mit dir, wenn ich den Stumble Pass durch habe. Also, ich finde die Preisbox cool. Und ihr? Findet ihr? Die Preisboxen? Seht schon, wir haben hier recht viel zum Kaufen. Das finde ich auch gut so. Und 2608 Gems. Ja, wir haben den noch nicht aktiviert. Gut, das machen wir dann gleich. Das ist so komplett durchkaufen. Wow. Guck da, Schufa. 26, 27, 28, 29, 30. Und jetzt activate. Komm. Oh, ich habe die letzte Stufe nicht gekauft. Okay, let's go. Klein. Fusseps. Oh, oh. Random Skin. Let's go. Wir openen kurz alles durch. Und dann geht es weiter. Episch oder besser? Wir ziehen, irgendwie der, oder? Ja. Duplicate. Pricebox. Wow. 10 Gems. Man kann ja auch Gems ziehen. Stumble Togens. Episch. Und Duplikat. Episch. Sü. Perfekt. Schocker. Wir nehmen hier alles raus. Ja, Stumble Togens. Stumble Mensch. Pricebox. Nächste opening. Chance. Stumble Togens. Gut. Okay, Pricebox kriegt man hier. Solches Zeug. Spinnen nochmal. Epic. Gut. Premium Turnier Ticket. Pricebox. Stumble Togens. Und Togens. Wow. Gems. Gems kann man also immer gut gebrauchen. Finde ich. Finde ich. Okay. Wow. Gems nochmal. Stumble Togens. Stumble Togens. Ich habe hier von der neuen Map gesehen. Ja, ohne Preisbox. Nein, nein. Bitte. Claim. Taten. Po-Sohnen-Teil ist ja jetzt nicht so richtig. Boogel-Po. Das muss man so ein solches Schmutz abholen. Ohne Preisbox. Direkt 15. Das lassen wir immer. Bis in den nächsten. Also Boxen. Die finde ich echt cool. Das Prinzip. Also wirklich das Prinzip. Feier ich. Okay. Wir haben das. Und das noch offen. Mehr nicht. Gut. Dann gehen wir mal da rauf. Tun. Den neuen Emote ausrüsten. Das ist ganz wichtig. Schaut den Blitz. Bis es go ist. Hat doch geheißen. Okay. Jetzt tun wir direkt testen. Let's go. Also der Emote sah cool aus. Mal sehen was er alles kann in der Runde. Lock der Schlätschern durch. Don't fall. So. Nicht fallen. Let's go. Okay. Fallen wenn du. Punch. Oh der tut einfach ein bisschen. Machen. Aber ist jetzt nichts anderes als der Punch. Ehrlich jetzt. Der hat auch wieder so eine übelst lange Nachladezeit. Witzig finde ich ihn. So das ist kein Zweifel. Witzig ist er. Oh mein Gott. Da fand ich eigentlich sogar Punch besser. Eigentlich. Was ist eure Meinung dazu? Also. Er ist funny. Das muss ich sagen. Also ganz. Benutzbar. Das bezweifle ich. Wie das aussieht. Dieses Schlag. Kannst du am besten austesten. Und das Wort. Dieser Saison ist recht gut. Muss ich sagen. Digga. Let's go. Bei der Gäu. Digga. Zack. Draußen. Zu. Ich hab mal einen Wenden für das so witzig. Also Anwendungsmöglichkeiten hat er genug, aber das Label ist einfach legendär, die da dann geschlagen wird. Also ich find's witzig, jetzt gibt's auch mal solche Emotes, aber darauf können wir den auch testen, das brauchte gar nix, wir haben uns nur gegenseitig geschlagen. Wir sind gefühlt der einzige, der immer noch Anti-Dash spielt, das ist so ein cooles Skin, was habt ihr alle? Der arme Anti-Dash, ich hoffe er fühlt sich nicht gemeint. Oh, der Schlag ist gut, muss ich jetzt ehrlich sagen? Oh mein Gott, direkt die erste Eliminierung war von mir und auch die einzige bisher. Öh, öh, zack, hab ich noch mitgenommen, danke. Also witzig ist der Mode ohne Zweifel, ehrlich jetzt. Wow, also der hat mich weit geschnitten, wie der, ob das so normal ist, keine Ahnung. Geil. Let's go, nächste Trick. Okay, bewegen der Mauen, jetzt wird's ernst. Let's go, oh mein Gott. Das war gerade so eine close Situation. So langsam kenne ich ein paar Trick, das ist jetzt ernsthaft. Hättet ihr den von mir erwartet? Ich jetzt nicht, oder? Oh mein Gott, das war aber so sehr close. No! Nein! Da gab's jetzt nicht, ich bin dann reingepackt. Egal, direkt Stufe 1. Oh, legendäre Skin direkt. So. Okay, weil jetzt können wir nämlich auch unsere Rewards holen. Und zwar der da. Okay, und da müssen wir kurz gucken. 2 von 3 für Ice Caramba. Let's go! Also ich fand's witzig, diese Pfannenwende. Aber Ice Caramba bringt halt gar nichts. Muss ich sagen. Aber er ist witzig. Das kann man schon mal wissen. Digga, ich werde hier nur gehittet. Was ist das denn, Digga? Zuck! Bitte! Bitte! Qualified! Let's go! Mein Gott, das war so close! Game Changer! Digga! Alle machen den! Ich werde aber game up, weil ich Antidash spielen! Mein Schatz! Anti-Dash! Free Fire! Digga! 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 Was ist denn in ihrer Mission? Und da durch, wenn er... Da durch! No, 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 no! 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 No, 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 no! Egal. Egal. Aber es ist witzig. Also wirklich. Muss ich sagen. Sind die witzigsten Muts, die ich kenne. Die jetzt neu dazukommen. Vor allem was Kreativität und so angeht. Muss noch gucken. Wenig an. Wenig an. Wenig. Ja, die... Die... Schlümpfe sind zurück. Das hat er richtig gedeutet. Für 300... Kann man hier jetzt schon einfach drehen. Für 300... Oh, BG-E-Zahl. Hat er auch diesen Emote. Und das ist die grosse Frage. Ich bin ja nicht verdächtig, dass ich den habe. Sieht einfach so aus. Und vor allem mein Skin ist geil. Oh, ich habe 40%. Zuuu! Oh, cool, meine ich. Okay. BG-E-Zahl. Versus Mario. Der hat noch den. Ich habe den da. Wer ist den? Der kommt mit Punch. Was für ein... Ne Schmalspur. Ja. Wie geht's den Ruhl? Und ich... gegen einander. Das ist doch witzig. Ich gehe auf Fanny. Ähm. Witzig. Oh, Fanny ist draussen geil. Ich meine... Der funktioniert nicht immer. Prozent. Digga. Ich werde ins Leben. Wann geht er nicht? Game Changer. Oh noo. Oh noo. Oh noo. Oh noo. Let's go. Hat er jetzt den Zeitraum verkauft? Er hat ihn geschafft. Digga, was ist das denn, Bro? Oh noo. Qualifiziert. Ha. Hat es doch nicht geschafft. Und an dieser Stelle beende ich mein Video. Bis zum nächsten Mal.